Herzlich willkommen zum achten I Know Your Game Gaming Adventskalender Türchenöffnungsvideo, jawoll! Das ist unser Adventskalender und heute gibt es wieder etwas Famoses zu gewinnen. Auf dieser Webseite findet ihr übrigens einen Adventskalender. Es gibt heute etwas zu gewinnen, das mit Rollenspielen und dem Mittelalter zu tun hat. Und wenn ich diese beiden Dinge zusammenbringe und dann noch sage, vergesst Elfen, vergesst Orks, das Mittelalter, da gab es die beiden nicht, dann kann es sich nur um eine Spielereihe handeln, nämlich um Mount & Blade. Und hier könnt ihr heute gewinnen, dieses PS4-Spiel Mount & Blade Bannerlord. Das ist die aufgebohrte Version des Originalspiels. Extra aufgehübscht für Xbox One und Playstation 4. Das habe ich auf der Gamescom 2015 gesehen, diese Version, und war sehr begeistert. Akkurat, Mittelalter, ohne Fantasy gelöt. Finde ich sehr nice. Sehr authentisch, richtig gut gemacht und richtig hart, wenn man so will. Und auf der Gamescom 2016, da habe ich etwas anderes gesehen, und zwar den Nachfolger, Mount & Blade 2 Bannerlord. Und dieses T-Shirt könnt ihr ebenfalls heute gewinnen. Also heute gibt es was für den oder die, gibt es die Fanin? Für Fans des Mittelalters und von Rollenspielen. Mount & Blade 2 Bannerlord, das T-Shirt. Das ist in Größe L, ist ansonsten schwarz, hinten ist nichts drauf. Hier vorne ist nochmal, ne, hier am Ärmel ist nochmal Tailworlds Entertainment. Das sind die Jungs und Mädels, die dieses Spiel machen. Also heute T-Shirt und Spiel. Dann seid ihr bestens vorbereitet, wenn Mount & Blade 2 Bannerlord erscheint. Übrigens gibt es hier gerade verlinkt das Interview, das wir auf der Gamescom zum Mount & Blade 2 Bannerlord geführt haben. Solltet ihr vielleicht mal reinschauen, ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt fragt ihr euch, warum im Hintergrund irgendwelche komischen Töne ertönen. Das frage ich mich auch. Aber ihr fragt euch sicherlich auch, was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Es ist ganz einfach, geht auf diese Webseite www.knowyourgame.de. Auf der Startseite, auf der rechten Seite der Startseite, findet ihr einen Button, der euch zum Adventskalender führt. Der sieht so aus. Da müsst ihr dann auf das entsprechende Törchen klicken, nämlich das mit der Nummer 8. Dann öffnet sich ein Artikel, wo nochmal kurz beschrieben wird, was ihr gewinnen könnt. Dieses Video ist eingebettet und unter dem Video ist ein Formular. Das müsst ihr ausfüllen und abschicken und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Unsere Weihnachtselfen ziehen dann per Losverfahren den oder die glückliche Gewinnerin. Gewinner und Gewinnerin und oder Gewinnerin. Mein Gott, ist das kompliziert. Teilnehmen könnt ihr nur heute am 8. Dezember. Das ist noch ganz wichtig zu sagen, denn das Gewinnspiel des heutigen Tages gilt nur heute. Nur heute am 8. Dezember dieses Gewinnspiel. Morgen gibt es dann wieder ein anderes Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ihr werdet von uns informiert, wenn ihr gewonnen habt. Also schaut in euer Postfach. Viel Glück und viel Spaß dann mit Mount & Blade Warband und mit Mount & Blade 2 Bannerlord, dem T-Shirt. Morgen gibt es ein neues Gewinnspiel. Ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut und bis bald. bis bald. Vielen Dank.